Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hallo. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja. Wir wollen, wir müssen, wir müssen, wir haben morgen Blutmond, das heißt wir wollen, müssen Federn sammeln. Oder Munition. Munition wäre natürlich noch geiler. Ich muss hier noch kurz... So viel Munition kriegen wir aber nicht. Ja sicher, Jasmin. Ne, ne. Wo ist dein ungetrübter Optimismus? Habe ich das alles, äh, trinken? Ah, ich habe glaube ich zu wenig trinken. Ich muss mal... Hier ist nur noch ein Tee. Ja, einen habe ich auch. Ja, den würde ich mir aufheben und dann würde ich im Graben trinken. So. Wollen wir denn mal starten? Wo willst du denn hin? Eigentlich, äh, ich würde auch gerne diese Zaunpfosten hier weghauen. Hä? Oder... Wollen wir nicht jetzt mal was sammeln für angehen? Mh, ja. Ich bin aktuell am überlegen, wo machen wir denn später unsere Anlage hin? Welche Anlage? Ne, aber was wir selber bauen. Oder da hinten vielleicht? Ne. Hier wäre schon gut, weil hier haben wir viel Grünfläche. Wenn wir das einfach bebauen würden. Wird das gerne schon einmal abstecken eigentlich mit Rahmenformen, aber das macht noch keinen Sinn groß, ne? Absolut nicht, ey. Kann man doch anbauen denn hier von dem Haus zu unserem Haus rüber. Ne, ne, ich... Na, ich will ja was eigenes bauen. Mit Garten. Ja, ich meine, dass man da rüber gehen kann. Mein Gott, ey. Ne, wir müssen vielleicht... Achso, ja, wir haben ja auch noch eine Quest, ne? Ja, ja. Wir können ja einfach mal in die Richtung gehen. Ja, mach ich doch. Weise Entscheidung, Jasmin. Weise Entscheidung. Mhm. Wie so oft. Wie so oft bist du die Erleuchtete von uns? Ja. Du gehst sogar schnell. Hast du... Du hast wieder irgendwas gelevelt, was ich nicht hab, ne? Keine Ahnung. Mh, 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 mh. Wollen wir den auch mitnehmen? Mh, 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 mh. Ja. Wir lassen einfach die Baumstämme liegen, äh, als Wegmarkierung, wo wir hergekommen sind. Jaja, weil die sich auflösen, ne? Die sind ja nur aus Zucker, Jasmin, bitte. Da ist ein Hoppelhäsel. Wollen wir den killen? Mach mal, kriegst du den? Na sicher, ich hasse Tiere. Nein. Stimmt gar nicht. Wir haben selber zwei. Hatten. Hatten, Jasmin. So mit O. Tere, tere, tere. Ja. Gibt's hier irgendwas Bestimmtes? Uh, Betonmischer. Stein. Stein können wir auch immer gebrauchen. Watch the head. Ja, okay. Leben hab ich noch mitgenommen. Ah, hier ist die Tür verschlossen. Wo ist die Tür verschlossen? Hier. Ist das denn Land? Ich mach dir auf, Jasmin. Bitte schön. Was ist das? Oh, Zement. Zement. Hast du gar nicht gesehen, wa? Doch, hab ich gekontekuriert. Warum? Das brauchen wir. Na, ich brauch noch Platz für andere Sachen in meinen Taschen. Oh, ne. Wer ich das schon wieder höre, ey. Ich kann jetzt ein noch besseres, selbstgebautes Maschinengewerbe bauen. Ja, das ist schön, aber das Dings brauchen wir auch. Wo bist du denn? Hier. Hinterm Zaun. Hinter dir. Wollen wir erst mal die vergrabenen Vorräte finden? Bei mir steht Säubere das Gebiet. Verstehe ich nicht, weil ich eigentlich gebuddelt hab. Ach, das ist deine, ne? Ja. Das meiste ist ja auch gleich um die Ecke, ne? Das sind nur noch 700 Meter. Ist dir mal aufgefallen, dass die Straßen ganz schön leer sind? Ah. Das sind Schlechtwetter-Zombies, wa? Äh, Schönwetter-Zombies. Zombies? Zombies. Die bereiten sich ja auf dem Blutmon vor. Ja, ach, die haben Angst vor Wasser. Die alten Mem. 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 Und einen Einkaufswagen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen was für unsere... Ein bisschen trinken wär cool. Das, ja. Und auch... Äh, oh ey, ich hab... Mal wieder. Jetzt hab ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Nice. Schön. Ja, den krieg ich nicht. Äh, zwei Bücher ich hab gefunden. Die Kunst des Bergbaus und... Handbuchautomatische Waffenwand 1. Schaden. Äh, schieße, um zu töten und lass Gott sich um den Rest kümmern. Einer von euch muss sterben. Na, dann lieber dein Gegner. Automatische Waffen verursachen 10% mehr Schaden. Und, äh, Berg... Bau. Ich weiß gar nicht, wo du schon wieder bist. Immer noch hier vorne. Du siehst mich doch, mein Pfeil. Da. Hm. Ja, da achte ich doch nicht drauf. Äh, Bergbau wär ja eigentlich... Lern ich mal. Weil letztes Mal hab ich ja auch hauptsächlich in dem Mie gearbeitet. Ja, bitte. Das hab ich auch und... Hier. Das könntest du mal lernen. Dann kannst du mich, äh, besser ausstatten. Du wirst mir gar nicht zu sagen, was ich zu lernen hab. Ja, ich bin alt genug. Ich lege dir... Ich lege hinter dir eine Wektüre hin. Sieh dir unser Bikes, Gelände, Fahrzeuge, bla bla und mehr an. Verbessere die Fähigkeiten. Wo? Benutzen wir mal. Warte, hier. Eine Leselektüre für dich. Benutzen wir kochen. Was ist das? Du kannst du Sammelwerkzeuge herstellen, wie Schaufeln. Geil. Körbe. Einkaufswagen. Körbe. Ordner. Ordner? Sammelordner. Ey, manchmal denkst du, geil. Oh, geil. Wie lange dauert das am Auto? Aber... Schrotkugeln und, äh... 7-6-2-A-Munition. Gibt's hier... Cool. Gibt's hier irgendwo was zu trinken? Oh, Mann. Äh... Bis jetzt nicht. Kinderspielparadest. Wolltest du da reingucken? Waren wir da nicht schon? Nee. Aber, Udo, Momento. Da ist ein Kind beim Spielen eingeschlafen. Erst mal sehen, das ist zu langweilig. Okay. Da ist ein Rucksack, da würde ich gerne mal reingucken. Sniper. Oh, gefütterte Stiefel. Nice. Ja, brauchst du im Sommer auch. Nee, die sind besser. Aber die... Nein, die sind besser. Äh... Wo gehst du hin? Ja, wo mein Fall ist. Ja, aber es macht gerade keinen Sinn. Du gehst in die falsche Richtung. Ja, ist schon. Ja, ich wollte zu den Dings gucken. Achso. Ich muss mal mir hier Licht anmachen. So, besser. Oh, ich kasse nicht ab. Ey, wird mir schlecht. Wo bist du denn? Was ist das denn? Ich streiche den Hund. Verdammt. Was für ein Ohr? Nein, hier. Geht das eigentlich mit... Oh Gott. Oh Gott, weiß ich nicht, ob das geht. Mei, oh mei. Der Zaun hat bei... Der Zaun hat bei weit nicht so lange gehalten, wie ich dachte. Wo bist du denn? Hinter dem Kinderspieleparadies. Ja, ja, sehe ich schon. Ähm, es ist nicht mehr so, dass nur wir durch die... Also es ist nicht so, dass nur wir durch die Löcher in Türen durchschießen können. Wenn das Loch groß genug ist, kann der Hund auch durchspringen. Ja, wir haben kein Wasser. Hier. Dann bräuchten wir langsam Worte. Ich zumindest. Hier ist meine Quest. Oh, Kartoffeln. Ach, geil gemacht, ey. Was, das ist das einzige Beet hier? Eine Kartoffel? Ja, zwei Kartoffeln. Ne, ich habe auch eine Kartoffel. Ja, mal ein paar... Oh, trübes Wasser. Ich bin überladen. Hallo hier, unterm Tunnel. Hier. War gerade einer. Mit dem Rucksack habe ich eine Kartoffel gekriegt. Meinst du jetzt hier die kleine Brücke, oder? Ah, das sieht aus wie ein Geheimgang, ey. Ja. Kleine Brücke. Tatsächlich für Jasmin. Ey, hier unter dem Tunnel. Oh, ihr seid zu zweit. Höh? Oh. Ne, die haben hier Urlaub gemacht im Trailerpark. Du meintest mich. Äh, welches Level hat dein Knochenmesser? Und? Was sonst? Wo bist du denn schon wieder? Weil ich könnte die an Stufe 5 geben. Ja, gib mal her. Oh, hier geht's runter. Oh, ich brauche Wasser. Äh. Ich habe kein Licht, ne? Ah, hier ist die Quest, ne? Ja, da bin ich gleich. Ich, ähm. Ich hau ab. Ich wollte nur einmal hier kurz in den Tunnel gucken. Oh, das sieht nicht stabil aus. Bin ich schon einüberlaufen? Hier ist ein Generator am Dampfen, Raufen. Was denn nun? Ich weiß auch nicht. Irgendwie queimt der so vor sich hin, Jasmin. Oh, jetzt kommen aber viele. Der vapet ein bisschen. Wo bist du? Ja, ich bin so durch so einen Wohnwagen gegangen und dadurch in so einen Untergrund gekommen. Ja, da kommt... Ah. Schneller. Au. Wo stehe ich denn drauf hier? Hab ich mich aber fast erschrocken, doch, bei der jungen Dame. Ey, wenn das Bett kaputt geht, dann hab ich die Lehne durchgedrückt nach hinten. Oh. Plastikmüll. Geil. Noch ein Buch für dich? Ich hab einen Scheinwerfer gefunden. Blaubeeren. Quatsch, was mach ich denn da? Ähm, Jasmin? Ich glaub, hier hat einer zu viel getrunken. Ja? Ja, der hängt über der Schüssel. Der sieht gar nicht gut aus, der Boy. Irgendwas war doch... Metallklappstuhl. Achso. Hier war lahmig. Knochen. Manni. Noch ein Kochbuch. Also, wenn du mich nicht versorgen kannst, dann weiß ich nicht mehr. Oh. Okay. Hier ist noch eine Tür. Die können wir openen. Ich brauch trinken. Ja, ich bin schon, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Wenn nicht ein Eisdienst. Ich hab leider kein Trinken gefunden. In der ganzen Bude nicht. Oh. 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 Ei, bin ich krass. Ey, hier sind die Köpfe nur so geflogen, Jasmin. Ey, überall leer der Bachbrunn. Nein, hier. Gaben. Gaben. Ja. Oh, das können wir gleich verwerten. Alles leer, ey. Wo machen wir mich denn schick? Ja, Hunger kriegt ich jetzt auch. Na, herzlichen Glückwunsch. Äh. Ich hoffe, ich kann das hier überhaupt noch alles mitnehmen. Oh, Gott. Äh. Electric Traps. Zweimal. Äh. Kabel. Erfahre, wie man aus alltäglichem Müll und Elektronik fertig, deine Kollegen werden dich beneiden. Mann ey, Kopf ab mit dir, du Blöde. Ich habe leider nur trübes Wasser. Ich habe gar nichts. Boin. Gut, dann können wir jetzt buddeln, wa? Warte, ich muss dir erstmal ein paar Sachen geben. Äh. Hier. Boah, bist du weit weg. Blöd, Mann. Hä? Ich bin nur nicht 400 Meter unterirdisch. Oh, meine Wäste ist schwach. Bist du immer noch bei dem Wohnwagen, wo ich rein... Nee, der ist hier. Ich fange mal hier das Schaufeln an, ja? Mhm. Warte, 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 warte. Zum Starten der Stufe 1 säubern. Äh. Falls du doch Interesse hast, herzukommen, ne? Du bist herzlich willkommen. Oh, mal gucken, ob ich Lust habe. Brauche ich erstmal trinken, ey, sonst packe ich das hier nicht weg. Ja, ich habe hier was für dich. Ich bin 5 überladen, ey. Äh, ja, ich auch. Plus 13. Das ist denn jetzt schon wieder so warm, ey. So, ich habe gleich ein paar Sachen für dich. Ja, ich... Okay. Äh, einmal... Wo habe ich es hingepackt? Hier. Besseres Knochenmesser. Mhm. Fünf Bücher. Die kannst du lernen. Mhm. Ein Buch, das kannst du lernen. Mhm. Oh, das habe ich gar nicht gelesen. Na, komm. Ähm. Schuhe hast du. Warte, 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 warte. Hier. Brauchst du... Willst du auch noch was essen? Eine Dose oder so? Nee, Essen habe ich. Okay. Ja, mehr kann ich dir gerade aktuell gar nicht überreichen. Ich trinke jetzt nochmal meinen Tee. Ah, ja. So. Okay, dann starte ich die Quest. Oh, ey. Pack ich doch nicht. Immer ein bisschen hier. Müssen wir nochmal durchgehen? Ja, sicher. Okay, hier müssten drei drin sein. Ja, komm. Nee, ich komme nicht rein. Juhu. Ich habe mal auf uns aufmerksam gemacht. Hast du gesehen, wie man das macht? Ich gucke hier noch einmal kurz in den Schränken wegen Trinken. Ja, dann musst du auch oben mal gucken. Äh, bin dabei. Bin dabei. Wie hast du das nicht gemacht? Äh, ist doch alles wieder respawned. Wir haben doch die Quest angenommen. Ja, aber du hast eben hier oben nicht geguckt. Nee, nee, nee. Ich wollte hier von der Küche anfangen und mich vorarbeiten. So. Trotz mehr. Ah, hier ist noch eine Tür, ne? Ja. Wieso ist dieser Schrank verschlossen? Oh, das ist bei mir alles nicht mehr. Hier, Klebeband. Kannst du das mal mitnehmen noch? Hier in dem Koffer? Ja. Wollen wir einmal sortieren, wer was hat vielleicht? Äh, ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, komm mal hier weiter her, weil die Luke kann man aufmachen. Warte, wir gehen hier in den Flur. Okay. Ja, ich fang an. Ähm, hast du Benzin? Ja. Hast du Licht? Also so ein Scheinwerfer? Nein, nein. Nein. Oh. Ähm, hast du Nägel? Hast du Brot? Mh, haha, ja. Hast du Nägel? Nein. Plaste? Äh, Plastik habe ich. Rohr, Metallrohr, kurzes Eisenrohr. Äh, könnte ich gebrauchen. Ähm, was habe ich noch, was wäre, kann Zement? Ne, habe ich. Tierfett? Habe, äh, habe ich. Äh, Nitrat? Wie viel bist du überladen? Acht. Ich bin noch 16. Ja, was hast du denn? Ähm, ich habe Chisanthemsamen. Hast du eine Blume? Die brauchen wir doch nicht, die kannst du überall. Äh, Kaffee? Bohnen? Ja, habe ich. Mais? Samen? Jetzt habe ich beides hier eingepackt. Ähm. Oh, jetzt bin ich gerade überfordert. Ne, Bohnen hatte ich gar nicht. Das sind Samen, Patrick. Kaffee-Samen hast du gerade mir gegeben. Ja, meine ich doch. Ja, habe ich nicht. Jetzt hast du es. Weiter. Äh, Mais-Samen? Ja, habe ich. Glaube ich. Ah. Jucca-Samen? Jucca-Frucht habe ich. Ne. Äh, 762-A-Munition. Ne, Munition habe ich gar nichts. Okay, äh, groben Schrot dann auch nicht, ja? Nein. Äh, Jetons? Nein. Ich habe sowas wie Eisen, Blei... Möchtest du ein altes Sandwich haben? Ja, gib mal her, habe ich. Wieder dieser blöde Blume. Äh, Knochen hast du... Ne, alles gut. Heidelbeeren? Habe ich, ja. Bin ich schon 10 überladen wieder. Okay, ich 11. Ja, ich war aber... Dann können wir jetzt noch... Äh, ich habe jetzt noch Blei, Messing, Lehm, Sand. Und Stein. Blei habe ich. Auch. Mhm. Messing habe ich auch. Also, willst du haben Blei und Messing? Mir ist egal. Kannst du auch mir geben. Oh ja, klar. Ich darf wieder alles schleppen. Oh, aber der Rucksack wird immer schwerer. Mhm. War gut, dass ich meinen starken Gürtel in der Hose habe. Hast du Eisen auch? Äh, ja. Okay. Was ist das? Müll. Ach so. Ja, ich packe jetzt auch nochmal das weg. Das weg. Was ist das? Okay. Okay. Zerbrochenes Glas packst du weg? Ja. Kannst du ja mitnehmen. Nein. Was soll ich damit? Ja, richtig. So, ab in den Untergrund. Ja, warte doch mal. Darf ich vielleicht mal was trinken? Ja. Also, ich jetzt? Äh, du als Mensch oder du als Charakter? Hallo. Ich habe dich was gefragt. Als Mensch. Ja. Ich. Mich. Meine ich. Ja, geh runter. Warst du hier vorhin schon oder was? Ja, hier bin ich schon einmal durchgegangen. Ah, ich bin so verwöhnt von meinem Licht. Ich sehe nichts. Äh, äh, äh. Ich kriege Schnappaufmung. So, nehmen wir nochmal ein bisschen Benzin mit. Äh, sonst war hier drinnen nichts. Kommen wir noch Zombies? Ja. Hier links um die Ecke. Ja, du hast den Schlag links. Geh du mal vor. Ich habe einen dicken Knüppel. Ich habe ein hartes Rohr. Ja, irgendwie kommst du mit dem Ding voll gut klar. Ich nicht. Ich finde ihn geil. Ich komme damit gar nicht klar. Was ist das hier? Äh. Lehm. Stein. Ah, Pflasterstein. Ja. Sonst ist hier nichts, was ich mitnehmen kann. Ich gehe schon mal die Treppe hoch. Wenn es dich nicht stört. Nein, warte doch auf mich. Meisterarm hier. Ich komme jetzt vor wie so ein Aufseher. Arbeite, Sklave. Du musst mal hier die ganzen, hier Nitrat. Nitrat gibt es jetzt auch in den Big Bags. Ja, wenn du mal, wenn du mal jedes Ding mitnehmen würdest, dann würdest du es selber wissen. Das geht ja nicht, weil ich schon immer mit anderen Kram voll bin, den wir dringender brauchen. Nee, das brauchen wir auch alles. Ich helfe dir beim Abbauen und dann gebe ich dir das. Cement. Cement. Nein. Was ist das hier? Hier sind nur Säcke. Lehm. Ach, hier ist auch noch was. Lehm und Lehm lassen. Hier ist immer alles drin. Gut. So, hier, bitteschön. Cement. Wo denn? Bruch Sand. Da, warte. Äh, habe ich noch was abgebaut? Nö, ne? Ja, Lehm halt, aber den hast du ja nicht. Ich habe Lehm. Gut. Kannst du hier nochmal das Plaster-Eimer nehmen? Ja. Wird alles wiederverwertet. Jasmin, alles wird wiederverwertet. Verwertet. So. Drei knackige Klapse auf dem Bubbo. Hier, das kannst du mitnehmen. Oh. The person you're calling is not available. Ja. Ich habe hier wen liegen. Ja. Hier auf dem Schrank, äh, Nahrungsstapel klein. Das kannst du mitnehmen. Oh, ein Buch wieder. Oh, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Na, dies Heft. Nee, 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 nee. Ich meine, was anderes. So, jetzt kommt hier der große Laden. Gammelfleisch. Gammelfleisch. Ah, die Kasse ist natürlich nicht wieder voll. Wo bist du denn da? Ein Umsatz gemacht in dem... Wieso kommt hier in Musik? Oh, Bier. Ja, gönn dir. Hier ist alles voll mit Essen und so. Geh doch nix über ein kühles Blondes, wenn man hier mitten in der Abkunft ist, nicht? Ja, geil. Betrunken fügelt sich am besten. Äh. Hier. Ich habe nur meinen Spaten gerade. Da bin ich. Dein Tollgüterheld. Ja, denke. Hier. Einkaufskorb. Dreckiges Wasser viermal. Ja, können wir jetzt zu Hause abkochen. Ich habe hier auch nochmal trübes Wasser. Nägel. Brot. Nägel. Brot. Schwibs. Seidstein. Lappen. Selber. Neben mir steht auch einer. Wie kannst du sowas sagen, Jasmin? Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Hast du jetzt hier auch alles nach... Da oben sind noch Säcke, ey. Ich habe dich geliebt wie ein Bruder. Ja, Bruder. Die Zombies oben bei dir? Ja, ja. Ah, alles easy. Das ist keine Gefahr für mich. Easy, easy, easy. Krecke, Buck. Oh, ich habe einen Punkt. War hier vorhin nicht eine andere Kiste? Uäh. Oh, so eine Bücherkisse. Wir müssen zum Händler zurück, ne? Geil, geil. Du hast die Quest erledigt. Hm, Knochenmesser brauchst du jetzt nicht mehr. Geil, 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 geil. So, hier kannst du runterjubben. Ich denke, wir wollen zum Händler erstmal. Ja, nee, hier kommst du nach unten. So, und, komm ich doch hier auch. Weg da. Ich zeige dir. Abracadabra, Simsalabim. Guck's mal an hier. Bin ich ein Zauberer? So, dann gehen wir mal einmal zum Händler. Der ist ja hier gleich nebenan. Oh ja, das ist ja praktisch. Hätten wir mal Geld mitgenommen. Ja, ich sag dazu nix. Weißt du, was ich unterwegs gar nicht gesehen hab? Vogelnester. Doch, ich hab einige eingepackt. Die Nester? Ja. Was willst du damit? Hä? Wirst du doch auch einfach nur die Federn und die Eier rausnehmen können. Hab ich doch. Jetzt ist die Vogel immer mal ganz traurig. Hä, wo ist denn hier die Tür? Auf der anderen Seite. Äh, hier. Ah. Gib mir mal, andere Seite. Die war aber gut versteckt, ne? Ach, Jen. Oha, oha. Was mach ich denn jetzt? Nix sinnvolles. Was nehm ich denn jetzt? Pflastersteine, Holz, Rohrbombe, Bogenschießung, Ranger 4 oder Holzsplitter-Mod? Ja, die Rohrbomben benutzen wir ja sowieso nie, ne? Scheiße, ich hab nicht genug für Tans. Aber findest du doch alles celebrated. okay fucker ihr respekt die schlusserhöhungen und wir kommen einfach gut die gute alte wartezeit wenn man in der warteschlange steht ob das funktioniert ich kann ich muss ja gar nicht auf dich warten Belohnung Taschenmod ist praktisch, Munition ist auch praktisch das ist nur die einfache Taschenmod, ist nicht die doppel Taschenmod und das gut, der gibt mir nur eine Sache so, zeig mal her hier, dein Inventor bist du noch da? ich guck gerade, hier ich wollte mich grad schon aufregen, weil ich dachte du bist AFG gegangen während du im Händler steckst bis zum Elbe ich kann mir aber immer noch kein Dings kaufen kein was kein was doch kann ich was denn nix kannst du den Wasserfilter kaufen? äh wie viel warte ja können wir ausprobieren wie viel hast du? wie viel Shitball? ja ich muss erst mal verkaufen ja ich muss erst mal verkaufen ich hab gar nix zum verkaufen hier verkaufst doch bestimmt wieder den guten Scheiß ey nein nur Maschinengewehr Stufe 5 will ich verkaufen 93 762er Munition ah ja kein zu Kleinigkeiten äh, den Wasserfilter das werden wir nicht mit dem was ich hier habe hinkriegen was hast du denn für Jetons? wie viel? 863 aber ich will immer noch Sachen verkaufen weil dann habe ich ja mehr Jetons ich hab 701 ja darf ich jetzt da ran? warum? bin ich noch nicht fertig? vielleicht geh doch ist ja schlimmer als Schuhe shoppen ah ich hab's gewusst so erstmal verkaufen wir die Scheinchen hier äh hast du noch hast du noch ein Bier? 1 ja gib mir das mal wie heißt das? bitte ja das hätte ich eben schon trinken sollen äh ich sag mal kann ich dir mal Inventage sehen ich würde dir gerne ein gutes Hemd verkaufen für 12 Dollar äh und ich habe auch noch ein Hemd für 8 Dollar und Stiefel welche Stiefel wir haben ja das wird nicht reichen was kostet der Wasserfilter? 2,2 oder so 2,200? glaub ich der wird mir gar nicht angezeigt doch da ja ja mhm kacke was kann ich ihnen denn noch anbieten? kochtopf hier Dollar kann das sein dass wir nicht mehr alleine hier drin sind? die ganze Zeit nicht ich habe doch gesagt da wollen wir hier rein mhm ja wir würden nur für Messing viel kriegen aber das will ich nicht verkaufen das brauchen wir ähm wie viele jetons hast du? 701 wir müssen wir nochmal looten gehen stop staring be careful out there ich guck mal ob ich irgendwie was organisiert kriege was wir verkaufen können wie bist du denn hier reingekommen? hast du was kaputt gemacht? ich? nur sie? ist das alles? oh ja die Jacke bringt mir nicht viel oh vorne ist die Tür auf ja ja du hast hier nicht zugemacht was? ja du warst ja letztes Jahr reingekommen äh andere straßenseite hm hätte ich jetzt auch gesagt ja ja halt der komm ich nicht rein hä der hat keine Aufträge für mich? warum das denn nicht? weil du noch nen Auftrag hast ach ich hab ja stimmt ich hab ja noch ey immer noch hungrig ich hab doch was gegessen wo bist denn du? äh gegenüber einem Gebäude was machst du jetzt? zwanghaft noch irgendwas gucken was ich verkaufen kann hier ist ne Kasse ich brauch Money hier waren wir erst ne? ja du solltest aber nicht hier mit ins Haus kommen ok das Haus ist glaube ich der Tod ich weiß nicht ob ich hier raus finde ok ich geh hier ist hm hier ist nicht wirklich viel Loot drinne und halt auch nichts Gutes hm 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 ach da wollen die rein ach heiliger Bimban hm hm man könnte sich hoch bauen ne aber da bin ich ein bisschen zu voll für du bist schon ne Ecke weg sogar ne? ne ich bin oben beim Händler ich geh jetzt hoch hier bei ihm hoch? ja weil die ganzen Zombies rein wollen achso versteck ich mich erstmal hier hihihi ich versteck mich ich weiß gar nicht ob die das kaputt kriegen da ja ich geh mal in den 3 Dollar Laden und guck mal ob ich da was finde was wir verkaufen können mhm aber ich weißt du was ich sagen würde? hm wir gucken in der nächsten Folge was wir verkaufen können ja ok ja? mhm dann würd ich nämlich sagen schön dass ihr da wart wir sehen uns morgen wieder schaltet wieder ein wir würden uns freuen bis dahin machts gut ciao blüüüüü